Heute beschäftigen wir uns in meinem Video mit einem Wesen, welches dank des Internets einen großen Bekanntheitsgrad erlangen konnte. Und zwar geht es um den sogenannten Goatman, zu deutsch Ziegenmann. In den meisten bildlichen Darstellungen wird der Goatman allerdings mehr mit Widderhörnern dargestellt. So, dass man das Wesen eigentlich als Arisman, also Widdermann, bezeichnen könnte. Im Großen und Ganzen gilt der Goatman als ein humanoides Wesen, welches halb Mensch, halb Ziege sein soll. Laut Erzählungen zufolge wird das Wesen mit den amerikanischen Orten Louisiana, Maryland und Texas in Verbindung gebracht, da das Wesen in diesen Orten häufig gesehen wurde. In den urbanen Legenden wird erzählt, dass der Goatman entweder junge Paare in ihren parkenden Autos tötet, oder dass er die Gegend nach entlaufenden Haustieren durchkämmt, um sie zu fangen, sie zu töten und sie dann schließlich zu fressen. Es wird auch erzählt, dass der Goatman sogar Frauen überfallen und sie vergewaltigt haben soll. Ob allerdings durch diese Vergewaltigungen irgendwelche Kinder entstanden sein sollen, ist unbekannt. Es werden sogar auch Gerüchte erzählt, dass der Goatman das Ergebnis eines misslungenen Experiments gewesen sein soll, welches später aus einem geheimen Forschungslabor ausgebrochen und hauptsächlich in den Wäldern von Maryland sein Unwesen treiben soll. Die ersten Begegnungen mit dem Goatman sollen in der Menschheitsgeschichte schon lange zurückliegen. Genauer gesagt im Jahr 520 v. Chr. in Griechenland. Also zu der Zeit, wo in Griechenland die mythologischen Geschichten und Erzählungen eine wichtige Rolle spielten. In der griechischen Mythologie ist ebenfalls ein Ziegenmensch zu finden, der als Pan, Faun oder Satir bekannt ist. In den meisten bildlichen Darstellungen wird dieses Fabelwesen auch als ein Halbmensch-Halbziegenwesen dargestellt, welches häufig eine Panflöte spielt und eher mehr als ein friedlicher Waldgeist beschrieben wird. Unter anderem gilt das griechische Fabelwesen als Naturgott der Fruchtbarkeit und der Lebenslust. Mit Morden oder bestialischen Absichten, so wie es der moderne Goatman tun soll, wird der Pan, der Faun und der Satir, zumindest laut griechischen Mythologien zufolge, gar nicht in Verbindung gebracht. Die letzte Sichtung des Goatman soll, laut Augenzeugenberichten zufolge, in den 1970er Jahren gemacht worden sein. Damals soll der Goatman häufig von Teenagern gesichtet worden sein, die davon berichteten, das Ziegenwesen auf Feldern in ländlichen Kreisen gesehen zu haben, wie es ahnungslose Landtiere auflauerte, sie verfolgte und später dann zerriss, um sich von deren Fleisch und Blut zu ernähren. Während der ersten Sichtungen Anfang der 1970er Jahre wurde das Wesen zuerst als der Waterford Sheepman bezeichnet. Da das Wesen damals häufig in der kleinen ländlichen Stadt Waterford im US-Bundesstaat Pennsylvania gesehen wurde. Hierbei wurde das Wesen ebenfalls als ein Halbmensch-Halb-Ziegenwesen mit widderähnlichen Hörnern auf dem Kopf beschrieben. Das Wesen soll häufig über Straßen in die benachbarten Wälder gerannt sein, ohne dabei jedoch einen Menschen überfallen oder angegriffen zu haben. Eine weitere Legende zum Wesen ist der sogenannte Maryland Goatman. Hier wird erzählt, dass das Ziegenwesen mal früher ein normaler Mensch gewesen war, der als Wissenschaftler in einem geheimen Labor tätig war, der dort an Ziegen experimentiert hatte und durch einen unerwarteten Unfall zum Goatman mutiert sein soll. Seit diesem Unfall soll er dann als Goatman, bewaffnet mit einer Axt, im Umkreis von Maryland Autofahrer auf Nebenstraßen gejagt und angegriffen haben. Von anderen Augenzeugen wurde auch schon mal berichtet, dass der Goatman mit anderen Kryptiden Wesen, wie zum Beispiel mit dem Bigfoot oder mit dem Michigan Dogman, verwechselt wurde. Natürlich versuchten auch manche Leute Nachforschungen durchzuführen, indem sie den Goatman an den Orten aufsuchten, wo ihn manche Zeugen mal einst gesehen haben wollen. Jedoch blieben solche Suchaktionen bis heute erfolglos. Eine weitere Legende zum Goatman ist das sogenannte Proctor Valley Monster, was ebenfalls ein Ziegenmensch sein soll, was allerdings in seiner Statur mehr einem Bigfoot ähnelt. In seinen bildlichen Darstellungen wird das Monster als knapp über zwei Meter großes, muskelbepacktes und behaartes Kuhwesen beschrieben, welches für seine Brutalität bekannt ist und für zahlreiche Viehverstümmelungen verantwortlich gemacht wurde. Im Großen und Ganzen ähnelt das Proctor Valley Monster dem Minotaurus aus der griechischen Mythologie. Die ersten Sichtungen zu diesem Wesen wurden allerdings, laut Quellen zufolge, in den 1960er Jahren gemacht. Die letzten bekannten Sichtungen zu diesem Wesen wurden, genau wie beim Goatman, in den 1970er Jahren vermerkt. Seit dieser Zeit wurde aber weder der Goatman noch ein anderes ähnliches Wesen in den Regionen von Louisiana, Maryland oder Texas gesehen. Hat es dieses Wesen tatsächlich gegeben? Oder steckte vielleicht sogar ein verkleideter Mensch dahinter, der sich als Goatman ausgegeben hatte? Aktuelle Spuren oder genaue Antworten zum Wesen konnten bisher nicht gefunden werden. Der Goatman zählt bis heute zu einem der bekanntesten Mythen und urbanen Legenden der heutigen modernen Zeit. Jahrhundert Jahrhundert everybody Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020